Ja Leute, ich denke mal, es wird nicht los, das ist 650 Kilometer, um das Radar zu treffeln. Bisschen weit, dann wird es euch ganz gut. Wir wünschen, wenn ihr euch begrüßt und wenn wir in den 2.45 Minuten dann in sportlicher Eintracht mit einander verleben könnten. Also mit dem Autorat, kommt ein bisschen auf den Weg, wir wollen noch hier unten drauf. So, und die Uhr, die man zerflegt, die ist weiterhin von Nike. Die könnt ihr euch auch kaufen, und zwar beim Teamsport-Trofi Hansi Baden-Dreven, da gibt es die neuen Gruppe von Nike. So, und die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr. Let's try it! Let's try it! Let's try it! Vielen Dank. Dann sind hier nicht die gelben oder roten gemeint, sondern die Pokerkarten und zwar von Free Bivin. Ihr wisst den Wechsel am Hamburger Basis, könnt ihr mit Free Bivin ein Fiskarten gewinnen, Steplast-Ticket und hochwertiges Pokerkoffer. Außerdem ist dabei immer einer unserer Spieler der aktuellen Profimannschaft und wer den beim Kartenspielen schlägt, der sichert sich auf alle Fälle erstmal einen handsignierten Pokerkoffer. Ihr könnt hier mal ein bisschen proben bei Free Bivin, kostenlos, selbstverständlich. Es geht darum, auf dem Hochflug, das dort ist einfach um viel Spaß. Und wo die Free Bivin-Kokertur hat, das erfahrt ihr bei uns auf der Homepage, beziehungsweise bei der Teilschrift Lenz aus Hamburg. Und der U-Ranger von CUM hat hier die erste und letzte Provention abgeben können. Und wir haben hier die Spürfenkel und die Abgaben von einer T-Shirt und die unterstützt damit jedenfalls die Garnigkeit auf ihrer Welt. Eine gute Sache und die passt selbstverständlich hervorragend zu unserem F-CAM-Kauli unter U-Ranger.com. U-Ranger! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.